Schwerer Unfall in Essen. Auto gegen Straßenbahnfahrer in Lebensgefahr. Essen, NRW, 50 Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer blieben zum Glück unverletzt. Doch der Autofahrer, 67, kämpft in der Klinik um sein Leben. Schwerer Unfall am Samstagmorgen im Essener Westviertel. Der Unfallhergang war zunächst unklar, teilte die Feuerwehr am Mittag mit. Wahrscheinlich hatte der PKW-Fahrer gegen 9.30 Uhr aber einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten und war deshalb auf der Altendorfer Straße in die Ruhrbahn gekracht. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus dem SUV-Wrack. Rettungskräfte versuchten, ihn wiederzubeleben. Die Bahn war nicht mehr fahrtüchtig, musste wieder mithilfe der Feuerwehr auf die Gleise gesetzt und ins Depot geschoben werden.